so herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal und moin moin wir spielen darunter far cry new dawn und unsere jetzige mission ist es die zwillinge sozusagen ding festzumachen dafür müssen wir uns mit Irwin treffen der uns da hinten treffen wird irgendwo dann leiten wir mal hin so zumindest so weit wie möglich dahin zu gleiten der wingsuit das war jetzt nicht so eine geile idee gerade wie ich gerade merke aber egal gut wir versuchen Irwin zu treffen das ist sozusagen einer der uns reinbringen kann oder beziehungsweise in die nähe der zwillinge bringen kann wir haben also einen insider sozusagen der uns hilft das regeln wir jetzt mal warum da hinten steht ein typ warum helft ihr dem nicht wir müssen diesen Irwin finden machen wir jetzt wo wir irgendwo munition nachher aufgebracht bekommen so ein kleiner jumper jetzt weil wir ja so jumpen können da sehen na gut keine gesehen los laufen da hinten ist er wahrscheinlich gut ich hoffe da kann es ein bisschen helfen dass wir noch dichter rankommen um die hauptstory voranzubringen denke ich aber schon ich denke wir müssen zum gefängnis bestimmt noch mal bei der west wie ist der schrotthunnel wirklich wilden hund wo wir hier ein tunnel rein sollen oder nicht das jetzt gedacht wahrscheinlich ist er eher oben drauf und sich mit auf die künftige von der seite auch erreichen die richtung hier war schon mal richtig dann muss hier oben auf den tunnel auf uns warten also wie dann Geh mir nicht. Yes. Sie wissen, dass ich nicht gut mit ihm klarkomme. So ein blöder Arsch. Im Grunde ist die Sache klar. Lou steht auf mich und will mich eifersüchtig machen. Warum sonst sollten Sie mit dem Penner reden? Also das Wichtigste bei diesem Plan ist, dass Frank endlich den Löffel abgibt. Und die Sache läuft so. Er leitet das Gefängnis. So weit, so gut. Ich bring dich da rein. So kommst du nah an Frank ran und legst den Mistkerl um, ja? Du legst ihn einfach um. Den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist todsicher. Lass dein Kram hier. Gefangene tragen keine Waffen. Und dann spring in den Truck und ich fahre dich hin. Verdammter Frank. Super, ja, wieder mal den ganzen Wappen abgeben. Das ist echt beschissen jedes Mal, ne? Na gut. Kacke. Hey, wer hätte das gedacht? Orange ist deine Farbe. Spring hinten rein, na los. Shit. Du fragst dich bestimmt, wie Franks Tod dich an die Zwillinge heranbringt, oder? Das große Demolition Derby steht bevor. Und der Gewinner des Derbys darf zu einem super schicken Dinner mit all den hohen Tieren der Highwaymen. Gewinn das Derby und du kriegst ein VIP-Ticket direkt zu den Zwillingen. Das Problem ist, alle Startplätze sind bereits vergeben. Also müssen wir einen Platz freimachen. Und weißt du was? Frank soll auch bei dem Derby mitfahren. Ganz genau. Du merkst schon, der Plan ist genial, oder? Du schaltest Frank aus und zack, fehlt denen beim Derby plötzlich ein Fahrer. Und zufällig kenne ich einen, hier was mit diesem Mädchen als du bist. Egal, ich kann dir den kleinen Platz beim Derby besorgen. Na gut. Aber erst muss Frank abnippen. Naja, ich krieg den schon irgendwie abgeguckt. Ähm, ich schätze, sogar ohne Waffen wirst du improvisieren müssen, um die Schweinebacke umzulegen. Aber dir wird sicher was einfällt. Hey, das ist Lil' Facka. Stell dir das vor. Lil' Facka in seiner Scheißkarre. Hoffentlich hast du was Gutes geladen, Lil' Facka. Und verschwendest nicht unsere Zeit. Was willst du denn, Lil' Facka? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hat einen Gefangenen dabei. Was meinst du? Am Ende geht's um deinen Arsch, wenn's ein Problem gibt. Rein da. Oh, oh. Da sind ein paar Spacken hier. Lila Menschen alles. Na gut. Mal gucken. Mal wirklich improvisieren. Ich glaub, das wird echt keine leichte Mission. Manche Fahrzeuge gehen bestrengt. Okay. Ja, gehen wir hinterher. Boah, ist geil. Das sind Gangster, die auch im Gefängnis und alles. Ich muss ja doch froh sein, die schlimmsten Leute da. Naja, das ist wahrscheinlich ein Gefängnis für gute Leute eigentlich. Ja. Folge der Wache. Ich kann den nicht schon killen? Würde ich machen. Oh, was? Oh, was? Guck mal, wie werden wir das bauen sollen hier. Wie wäre, okay. Guck mal, da oben, da ziehen sie gerade einen Typen längs. Ich baue Kugeln zusammen, das mache ich. Das kann ich. Wo wir müssen hier irgendwo herkommen. Warum also nicht von euch? Betet nur, dass sie nicht auch wieder bei euch lachen. Ich will den Tag überleben. Lou, wenn du ihnen die Zunge rausschneidest, können sie dir gar nichts mehr sagen. Wo die herkommen, gibt's noch viel mehr Zunge. Du hörst mir nicht zu. Die Schisser haben den Häschen was gegeben und ich will wissen, was es war. Das will ich auch. Aber die können dir nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Ich will ja nicht stören. Wir haben zu tun. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig? Ihr wollt das sicher hören. Siehst du, Schwester? Alles unter Kontrollen. Um den kümmere ich mich. Was machst du denn noch hier? Mein Gott, ich hab keinen Bock hier, die ganze Zeit zu bauen. Was soll ich jetzt machen? Erreicht den Gefängnissruf. Werkbank 1, für heute seid ihr fertig. Geht in den Hof. Behaltet eure Hände bei euch. Das geht ganz besonders für dich, Hackfresse. Ich bin die Hackfresse? Okay. Wo bist du denn? Ich finde ja eine Möglichkeit, Frank zu töten. Und auch Frank finden. Basketball. Ich muss mal ein bisschen um. Wer bist du denn? Oh, die hatten schon Angst, glaube ich. Wer bist du denn? Okay, ein Sniper-Typ. Nicht so cool, hier rum zu eilen. Ich bin hier mal rein. Du wirst so Hülsen drücken, ey. Ganz im Ernst. Ich bin nicht so under. Geh mal hier hoch. Ach, da, finde. In dem Bereich was finden. Okay. Okay. Gehen wir mal. Ein Weg hier raus. Ich weiß, wer da drinnen den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Okay. Nimm die Klinge. Nimm die Schlüssel zur Fabrik. Na, jetzt mal die Klinge. Unbefugt ist betreten. Nimm den Schlüssel zur Fabrik. Beschlossen. Da drin ist der Schlüssel. Wie kommen wir denn da rein? Was zu erzählen hier? Können wir bestimmt, wie das Dach da reinkommt. Oder hier längst einfach nur. Und das Schlimmste ist, ich will gar nicht hier weg. Hier kriegen wir einmal am Tag was zu essen. Draußen. Wir sind da runter. Da kann ich vielleicht keiner sehen. Schleiche von innen aufs Dach. Von innen aufs Dach? Wo sind wir da drin? Soll ich da keiner was gemerkt haben vielleicht? Das ist natürlich irgendwie reinkommen. Warten bis der Typ da oben weg ist, oder? Okay. Nah in einem Sperrgebiet. Heute Nacht wird mich nichts überrumpeln. Gar nicht. Das ist schon viel besser. Unterkunft. Einwander. Unterkunft. Okay, das war. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was war das? Was war ich? Und schleichen. Mist, wir töten uns oben weg. Was ist das? 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 ob du sehen wirst Ups, ihr könnt mich natürlich gleich sehen. Eine verdammte Leiche! Ich weiß nicht, was ich hier sehen kann. $$%$$ starte da dann? wenn du wretchedstahck da la Da ist noch einer. Und ich sehe uns nicht, wenn wir da ranrennen jetzt. Nö. Glaube aber nicht. Ja. Wie kommen wir hier raus, ist die Frage. Entkommen, entkommen ist gar nicht so einfach, glaube ich. Wie wurde? So. So. Noch war nicht so schwer zu entkommen. Oh, in die Kiste hier. Ja. Ja, okay. Oh, komm schon. Oh, komm. Schaffen wir. Oh, komm. Im Ernst? Oh. Da geht es mal. So, wenn wir weg und deine Waffe neu, äh, verwenden wir weg und deine Waffe neu auszurüsten, okay. So, jetzt müssen wir mit Irwin nochmal sprechen. Oh. Er hat auf jeden Fall unsere Waffen. Müssen wir schon wegfahren. Wir haben jetzt nur Schrottwaffen gerade. Wir werden also mitورen, ne? Sorry. Die laufen da oben. Wah. Ah. Könnenst du Elliot? Oh. Oh. Okay. Oh. 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 los geht's löchelböcher ist ein verdammter voll profi ich kann dir gar nicht oft genug sagen wie sehr ich mir franks tod gewünscht hat danke unglaublich dass der idiot gedacht er könnte beim derby mitfahren ich könnte damit fahren ich könnte das derby leiten ich weiß mehr über autos als wir alle zusammen ich habe mal ein auto aus einem spülbecken gebaut jedenfalls gehört sein platz beim derby jetzt hier und so kommst du aus nächster nähe an miki und luja jetzt muss ich dir nur noch ein halbwegs anständiges auto besorgen dann kann es losgehen das wird eine weile dauern also später ja gut ja cool dann könnten wir ja einfach mal eine pause machen ich danke fürs zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei und wir reisen jetzt einfach mal schön zurück nach prosperity und ja vielen dank fürs zuschauen bis dahin tschüss fühlt sich an wie